Moritz! Ich hatte einen Unfall. Du hattest einen Unfall? Ja genau, ich bin angefahren worden. Das seh ich. Du hast ja nicht zu glauben. Moritz! Willst du mich zum Betrügermann? Das ist mir egal. Ich will nur, dass du mir hilfst. Moritz! Haak Bohm inszenierte den großen Kinoerfolg Nordsee ist Mordsee. Haak Bohm bringt ihnen nun seinen neuen Film Moritz, lieber Moritz. Ich habe keinen Humor und ich habe etwas vor. Außerdem kommt doch wieder dasselbe dabei raus. Ich soll mehr tun. Ja. Und warum auch nicht? Es ist daran verkehrt. Das ist doch ganz einfach. Dann muss er mehr arbeiten und das macht er nicht. In Wirklichkeit kann ich kein Mathe, weil der Lehrer ein Wichser ist. Moritz! Hör mal, du. Hör mal, das habe ich nicht nötig, mir von jemandem wie dir so etwas sagen zu lassen. Versager. Hier kapiert doch keiner was in seinem Unterricht. Hier kapiert doch keiner was in seinem Unterricht. Hier kapiert doch keiner. Moritz, musst du denn immer wieder... Wirklich, guck dir das mal an. Dieser kleine, geile Scheißkerl. Den werde ich jetzt mal richtig den Arsch versorgen. Christian, komm lass das. Beruhig dich. Ich mach das schon. Das wolltest du ja nur, du Halunke. Ja. Ist ja wie bei Dracula hier. Ich will ja nichts sagen, aber ist das nicht ein bisschen zu vornehm, so eine teure Anlage in so einen Krötenkeller zu verstecken? Ist gefendet, die muss ich verstecken. Gefendet? Äh! Das wird ja immer schlimmer hier. Stuttmann! Wo willst du hin? Spannendlege schöner alte Buchstanz. Weg zum nächsten Mal! Tschüss!